so hallo herzlich willkommen wieder bei der nächsten folge von minecraft und ich bin der gute sachs und wir spielen weiter mit dem minecraft und wir war letzte folge nach suche nach sand haben wir so gut jetzt drei vier sticks gefunden sand aber was ich will bevor wir bauen glas häuschen weiter ich will nur eins machen schnell das ist die körner die hühner amt so für weiter die warte mal mir fehlt noch was ja die karochen natürlich weil ich will diese alle schweine amt mehr haben nicht nur die ein bisschen okay du bekommst 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 du konnten weniger will ich nicht da nicht zu nicht so nicht aber alle bedau ist wichtig also wir haben die total vier hühneren hündchen bekommen auch sehr schön jetzt gehen wir zu schweinen glas waren ich weiß sind so ein bisschen schweine aber ja du bekommst du und du das einzige also bekommen gar nichts zwei schweine ist auch gut jetzt die 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 schaffen ist dran du bekommst du bekommst du 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 und du noch jemand ist okay fertig auch hier nicht schlecht ich überlege langsam weil das ist die essen so hier habe ich sechs weiß ich selber nicht das mache ich hier das mache ich hier von dem weiter habe ich haufen weil also mit dem weit zu machen so jetzt gehen wir zu den glas bauen wir ein bisschen weiter das wird nicht so lange daran ich habe die ganze müll nicht müll aber die ganze sachen wo ich habe gemacht geplant habe ich gemacht ich überlege mir ob das sollte ich bald weg machen weil das stört mich übelt wenn ich sehe das ist oder machen da erde rein oder sand ich kann mache ich erde mehr oder sand brauche ich eh mehr und ist seltener in dieser umgebung so ich überlege ob sie mit einem stockwerk noch höher machen ich kann mache ich noch ein stück weg komplett ausgelassen sollte ich mal kommen wir komplett ausgelassen so wenn ich mache hier das ist kacke aus ok als klar alles geht so erst mal was ich werde machen ist hier zack 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 noch zwei schade schade das ist schon alle ist aber ist so danach nächste folge wahrscheinlich die glas weit glas muss es nach nach machen so weiter brennen und so weiter sofort dem weg durch belegen was soll ich noch weiter mit dem nächsten bauen stück für stück es ist immer besser sind der städtchen aus ich war überhaupt solch komplett aus heute machen als anderes eigentlich wurde die wirkung 40 mal die weg doch was bewegt haben wir was ich war überhaupt kann man hier drauf ein fackel machen ausprobieren nein auf dem glas kann man kein fackel mal nur hier scheiße naja muss mir so machen aber sicher vergessen hier fackels man hallo der haus ist frei wenn das wird der geile server wenn man sehen was ist was hier machen wir so weg naja konnte ich mit lampeln so was zu machen naja hm 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 brauchen wir grundlagen muss weg sein so Reicht das überhaupt? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, auf welchen Standegger. Ich meine, ich habe echt wirklich Probleme bei einfach anfangen zu bauen, weil ich weiß nicht, wie soll ich aus welchem Material, das wird gut aussehen, muss ich nicht verbessern und so weiter. Das überlege ich mir ständig, schon eine ganze Folge ist schon weggegangen. So, also was mache ich jetzt? Jetzt machen wir gar nichts. Wollen wir nicht, nur ich mache es von mir. Ach, Brockstein, wäre das nicht so langweilig. Aus Kies wird es scheißschwierig. Aber niemand hat ein Haus aus Kies gebaut. Ja, wäre das so schwierig. So, das sind wir natürlich. Und ich werde heute, das packe alles hier unten, weil ich werde heute in Miner gehen. Endlich, nächst, endlich Folge. Das brauche ich. Wasser habe ich schon, habe ich reingemacht. Schaufeln nämlich auch. Das brauche ich nicht. Wieso habe ich hier Brüsteine? Da oben habe ich keine. Super. Egal. Gehen wir da runter. Lange wir aber nicht in Miner. Gute zehn Folgen oder wenn nicht mehr, glaube ich. Und ich habe angefangen, da oben zu bodeln und so weiter, was anderes machen. Mehr zu forschen, der Umgebung und so weiter. So, jetzt fangen wir mit den zuerst an. Tolle, super Idee. 1, 2, 3, hier. Nichts. Also, so nichts kann man auch nicht sagen. So. Ich hoffe, irgendwo. Außer wir brauchen Steine. Ja, natürlich. Und finde ich Redstone. Oh. Na gut. Da haben wir schon. Caller muss ich mir auch finden, weil ich habe keine Fackel langsam mehr. Und Fackel beim Caller. Leider. Ist so. Kann man nix machen. Komm mal, wieso. Vielleicht finde ich was Tolles. Aber leider nicht. Aber ich brauche sehr viel Brücksteine wieder anfangen, weil ich habe angefangen, schon wieder zu bauen. Aus Brücksteine und weiter. Die Brücksteine sind schon nötig, finde ich. Die Brücksteine sind schon nötig, finde ich. Oh. Was ist da oben, dass es so leuchtet? Oder ich war schon. Ah, okay. Dann muss ich mich nicht wundern. So. Ach, nööööööö, wieso jetzt? ich werde gleich kämpfen muss hallo aha tot so der ist dort zufrieden momentan stürzen ich muss euch wirklich sagen ich habe niemals gedacht dass ich werde so viel bruchstein gebraucht verbrauchen werde ich in diese let's play ist aber die viel weil bruchstein haben wir hier und hat da einfach das einfach kann man überall finden okay hier jemand hat gebudelt wer war das sein kleiner wahrscheinlich na gut jetzt finden wir irgendwo die diamanten ich suche immer noch jemanden da hinten ist komplett viel umgebungslager lieber ein bisschen selbst spielen als auf risiko geben und alles verlieren was hast du gesammelt ist und du hast nicht so genug diamanten okay habe ich welche steine steine wieso nehme ich schaue wirklich doch aber achst das brauche ich nicht so gut mache ich hier ein feckelchen machen wir weiter so weiter geht's naja warte mal lava jay und schauen wir um enge was finden wir das ist ich glaube schlecht aus ich glaube schlecht aus hier zusammen diese scheiße naja es ist nicht so wie ich wollte kann man nichts machen aber haben wir ein bisschen von diesen bekommen weil es ist ganz selten auch wenn ich es ganz selten aber ich sammle nicht so oft vielleicht machen wir diese redstone weg vielleicht diamanten nicht so viel ohne scheiß jay fertig ok danke so jetzt kommen wir ich habe schon gedacht ein zombie oder sowas skillet kommt in meine richtung dann bin ich richtig gefickt ah ok ah nein wasser 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 als ob so eine kleine fucking beschissene falle mir hingestellen das ist haufenweise von lava und so weiter das hat er hier war wasser was für arschlöcher ah zombie kommt verbreint verbrannt schauen wir kurz weiter vielleicht finden wir was tolles und sinnvolles und ich sehe hier jetzt gar nichts stimme ich habe gesagt ich habe mein kollege hallo 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 du arsch hast du mich geschlagen ok so weit gibt es das nicht aber was ich habe vorher gesagt wir brauchen unbedingt kohle also jetzt scheiß drauf ein bisschen aber kohle brauchen wir momentan mehr und meine fackeln sind gleich leer ja habe ich überhaupt die stücke dabei man kann sofort machen mehr das würde mich interessieren oh scheiße oh scheiße oh scheiße ich sehe sofort auf die zeit wie lange aufnehmen schon das ist schon gleich tag es ist schon tag ja ja da lang fressi 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 erst mal die scheletzchen fressigen ja und kule ist unterwegs auch ich sehe oh so weiter waren wir überhaupt nicht heute ich habe gesagt viel 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 weiter waren wir vielleicht war ich habe da gegangen nach da geschaut du und deswegen haben wir so einen eigenen eindruck hatte ich das war soweit weil also leider ich würde sagen das war's ich habe mich gefreut hat mich gefreut sie hat zugeguckt kam bis zum ende und wir sind natürlich wie immer nächste folge sei cool sei gut und zu viel so so